Das Licht deiner Seele. Wer bist du? Was zeigt dir dein Spiegelbild? In den Fenstern, in den Autoscheiben, in die du unentweg schaust? Erkennst du den Menschen, der sich hinter dieser Fassade verbirgt? Einer Fassade so hart wie Stein. Und doch so durchlässig wie ein Netz aus zarten Spinnweben. Erkennst du dich, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine tief vergrabenen Ängste? Oder spiegelt sich nur der schöne Schein? Wann wird die Fassade bröckeln? Ich sehe die Risse schon. Bemerkst du auch die Stärke, die in dir ist? Den göttlichen Funken? Das Licht deiner Seele? Dies spiegelt sich nicht im Glas. Dies spiegelt sich nur in den Augen der anderen Menschen. Für meine Schwester Christine von Sigrid A. Urban